DDT So, hallo und herzlich willkommen zu der Weisungsgabe von Let's Play WWE 2K16 Online Und zwar mit dem Match, was wir wahrscheinlich gerne gesehen hätten bei WrestleMania 32 Kevin O uns gegen Sami Zayn Ich habe mich dazu schon mal geäußert, warum ich das nicht so gerne in WrestleMania gesehen hätte Sondern ich da eher lieber noch hätte warten wollen Okay, unser Gegner ist G2A, ist da, das ist der gute Dominik Den haben wir nicht zum ersten Mal hier als Gegner Und wir spielen online und mal sehen, wie wir uns so schlagen werden Es ist nicht erst, ja, wie gesagt, dass ich erst mal gegen ihn spiele, glaube ich Ich weiß noch nicht mehr, wie es beim letzten Mal ausgegangen ist Und wir gucken einfach mal, wir gucken einfach mal, wie wir uns hier zurechtfinden Ich habe sogar heute an diesem Aufnahmetag etwas geübt, glaubt man gar nicht Ich bin von Level 9 auf Level 10 aufgestiegen, aber man kriegt ja immer Erfahrungspunkte, egal ob man einen Gewinn oder verliert Und es gibt einen Fehler, die machen die Leute im Online-Monus immer und immer wieder Ich bin mal gespannt, ob der gute Dominik das hier auch machen wird Auch ein Teil meines Superfriends Superfriends, die mir es ermöglichen, jeden Tag für euch Videos rauszubringen Die auch mal nicht auf YouTube getrimmt sind, sondern einfach nur auf Spaß getrimmt sind Glaubt man gar nicht mehr auf YouTube, glaubt man gar nicht So, gibts nicht, gibts nicht So, gucken wir mal direkt, ob er den Fehler macht, den ich ansprechen wollte Ja, hat er gemacht Sehr dumm von dir, sehr dumm von mir Stomp zu kontern Das macht man nämlich nicht So, und deswegen, hast du jetzt keine Counter-Stots mehr? Ich auch nicht Ähm, deswegen, aber ich habe erst mal freie Fahrt, weil ich in der Offensive bin Und, Leute, merkt euch das Kontert keine Stomps online Kontert die einfach nicht Ihr kontert euch da ins Verderben Ihr kontert euch ins Verderben Mal sehen, ob er jetzt wieder macht Oder vielleicht hört er mich auch gerade Ne, da hat er Sehr dumm, sehr dumm Weil dann kommt er einfach auf einen Zug laufen Und, naja, und so macht man das eben Weil er hat jetzt keine Möglichkeit mehr zu kontern Und ich mache einfach Grappens die ganze Zeit Ja Der simpelste Trick aller Zeiten So, weiter geht's In der Zeit kann ich Stamina aufbauen Nein, Stamina aufbauen, nein, das war ein Brain Buster Ich kann, ähm, Mantum aufbauen Stamina bekomme ich auch in der Zwischenzeit Ähm Wir gucken einfach mal Wir gucken einfach mal Ich hau noch mal direkt dahinter Gehe die Aktion durch Ich habe er nicht nachgezogen So Konterst du vielleicht meinen Stomp? Willst du vielleicht nochmal einen Stomp-Content? So Und der dritte Stomp würde halt nicht durchgehen Weil er automatisch ein Content wird Deswegen lasse ich ihn da wirklich hochkommen Aber sobald er hochkommt Direkt wieder Grappeln nachsetzen Er hätte es hier einfach kontern können Hat er aber nicht Ich setze einen Brain Buster nach Habe jetzt einen Signature-Move Und hoffe jetzt darauf Dass er meinen nächsten Stomp nochmal wieder kontert Vielleicht hätte ich nicht sagen sollen Dass man einen Stomp nicht kontern soll Weil die Leute jetzt natürlich darauf achten So Springboard-Aktion Das kannst nicht nur du, mein Herr Ja In die Hände 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 Oder wie man das sagt Ich habe meinen eigenen Fehler gemacht Ich habe meinen eigenen Fehler gemacht Aber ich habe das erlauben Weil ich noch genug Konterslots hatte Und nicht dicht und genug sein war Dass ich schnell rausgehen konnte Habe nie Angst davor Einfach mal aus dem Ring zu gehen Und wenn ihr die Möglichkeit habt Aus dem Ring zu rollen Mit der Rechner-Analoxic-Fähigkeit Dann macht das Weil damit verschwendet ihr keine Konterslots Und Konterslots sind der Schlüssel zum Erfolg In 2G6 So Ich darf einmal aufstehen Okay Nein Einmal hier Einmal hier Und einmal in die Ecke whippen So Zack Und Finisher Oder OMG geht auch Hahaha Wollen gar nicht Aber Meinetwegen Ziehen wir das Match ein bisschen in die Länge Genau diesen Spot Haben wir beim Wrestling-Manager gesehen Torpedo DDT He he Sehr schön Sehr doof Ach doch nicht Der war ein bisschen schneller Genau Okay Es ist ja Extreme Rules Ich vergaß NoHoodBard Ich bin in die Fliege Vielleicht stinkst du auf NoHoodBard Ich will ein normales Match haben Ist das zu schwer zu verstehen? Ist das zu schwer zu verstehen? Ist das zu schwer zu verstehen? Kollege Du hast keine Swats mehr Du hast keine Swats mehr Okay Wir werden jetzt schön weiter bearbeiten Nutzen die Situation Auf jeden Fall aus Ist ja auch Das ist natürlich klar Tornado DDT Torpedo DDT Was habe ich gesagt? Keine Ahnung Aber man verschwendet Stamina An was verschwinden? Ja ich wollte gerade sagen Ich habe Torpedo DDT gesagt Und nichts anderes So vielleicht Kannst du dir mal einen Schlag Hört sie nicht Machen wir einen Grapple Der wieder durchgeht Wenn das klappt Spray war es da erneut So Signature Move am Start Und jetzt Was der Unentscheid zwischen Du OseBard und Extreme Rules Werde ich gerade aus dem Stuhl gefragt Das ist natürlich gar keiner So Jetzt hat er mal Signature Move gecontert Das ist suboptimal für uns Aber Wir haben auch relativ wenig Schaden abgekommen Und deswegen Passt das schon eigentlich So Mit dem Stuhl kann ich überhaupt nichts anfangen Ganz 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 ehrlich Oder Stuhlschläge konnten Das ist auch ganz dumm Weil Waffen und Gesichtse voll overpowered sind Aber du hast den Stuhl hergeholt Dann Musst du jetzt auch die Konsequenzen Erleben So Auf geht's im Ring Ich habe keinen Bock mehr Scheiß auf Hardcore Niemand wird Hardcore sehen Vor allem nicht so ein Peachy King Oh Danke Sascha Sie verwechselt mich aber Anscheinend er schon Superfriends ist Doch jetzt bin ich auch Dar-Ton oder Artur Ja, ich verwechsel mich tatsächlich Die öfteren Weil der Kollege Ich weiß noch warum ich dich verwechsel Der Kollege heißt Sascha Feid Der gerade spendet 20 Euro viel lang dafür Und verwechsel ich immer mit Sascha H. Als ich ihn Weil ich Sascha In Magdeburg Nee, in Leipzig getroffen hatte und da hat er halt ein Fight-Oh! ein Fight-Shirt an. Deswegen verwechsel ich euch beide immer. Aber du bist jetzt vier Monate Super Friends. Geil. Vielen Dank für deinen Support. 20 Euro. Ist das nicht nett? Jetzt habe ich wieder stoppen-collet. Weil ich gerade am Labern war. Aber ist egal. Ich kann mir da erlauben. So, Synche-Move. Lothanderbomb. Mach an! Okay. Geben in den Ring und dann machen wir die Kiste zu. Die Kiste zu. Come on. Weil du hast gar keinen slot mehr. Fällt mir gerade auf. Deswegen natürlich zu 100% auf. Ausnutzen. So, schnell, schnell. In die Ecke. Hap! Heloba-Kick. Finisher. Und das war's, mein Freund. Kevin Owens down. Obwohl er mal nicht ein Superstar ist. Bring it down. 2. 2. 3. 3. Ja, natürlich weiß ich nicht, was der T-T-Tür anhat ist. Weil ich hatte da mein Stamina-Fran-Stamina-Shirt an. Und dann haben wir ein Beidebild gemacht, wo halt das kleine Motiv halt drauf war. Good game, Dominik. So, und das war's auch schön mit dieser kleinen, lustigen, schnellen Ausgabe von Dodo X16 Online. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn die nächste Folge kommt, erfahrt ihr in meinem Upload- und Streamplan. Link unten in der Videobeschreibung. Ja, wo wir cool. Adblock aus. Euer Franz. Euer Franz. Euer Franz. So, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.